Ja, und jetzt steht sie auf der Bühne, Samira, zusammen mit Melanie und Öster Dritten. Es ist das Star-Grad bei Happy Day, das wird immer live gesungen bzw. live gejodelt. Ich freue mich auf Ältler und Blumenkinder. Es war am Montag, als sie sich begegnet sind. Sie mit dem Rucksack, voll vor Freude, an sie kommt's vorbei. Als er das Lachen sieht, ist es plötzlich um ihn geschehen. Er schaut er nach, bis er so nimmer kann sehen. Sie ist ein Blumenkinder, hat Wind und Sonne im Haar. Und er ist ein Blumenkinder, der Mann aus den Bergen. Nach vielen Jahren sind sie zentl. ein Paar. Wir lieben, stärker ist, als Menge war Gott's Paar. A-la-la-la-la, y-o-la, y-o-la-la-la A-la-la, y-o-la-la-u-la-la-la-u. Oren, 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 Oren... Es ist schon eine Weile her, vergessen hat er sie nie mehr. Was kostet auch mit so einem verträumten Blumenkind, heilen die Leute, gang höchst noch. Wenn er das Lachen sieht, ist es gern noch um ihn geschehen. Sein Herz macht Luftsprung, wo sie aufs Malm umkehrt. Sie ist ein Blumenkind, hat Wind und Sonne im Haar. Von der Auflöhr, ein Mann aus den Bergen. Nach vielen Jahren, sie seht zentlern, es war. Wie und liebisch, der hörisch, alles merken war, wo es war. Samira! Ja! 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 Wow! Samira! Danke vielmals. Ueli, das klappt ja. Ihr habt plötzlich ein Familienmitglied mehr. Gratuliere, ganz herzlich. Was sagst du? Ich bin begeistert von so einem Talent. Grossartig. Wenn du mal ausfallst, hat es da vielleicht noch einen Ersatz. Jetzt hast du ein Problem, Samira. Samira. Jetzt hast du ein Problem. Es gibt etwa drei Optionen. Du willst eine Stifte machen, dann willst du noch singen und dann willst du noch schwingen. Was jetzt am ehesten? Ich denke schon eher tendieren zu Bauern und singen. Arbeiten. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Mit Auftritten? Was gibt es so nächstens? Ein richtiger Auftritt ist ja noch nicht so planbar. Ja, es ist sehr viel in der Luft. Also plant wäre viel. Aber ob wir das loslegen können, dann sehen wir. Was wir machen dürfen, ist am 16. Mai wieder ein Livestream. Ah schön. Bereits der Dritte. Und ja, das ist wenigstens eine Alternative. Also unbedingt am 16. Mai. Merken und unbedingt das neue Talent auch irgendwo notieren. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke, Örste Dritte. Wir machen noch ein Selfie miteinander. Warte kurz. So. Ich sitze da, glaube ich, hierher. Dann kommen die hier im Hintergrund. Sind alle drauf? Da blendet sie mich ein bisschen. Nein, ich glaube, so ist nicht schlecht, oder? So. Ja, haben wir ein paar. Ein bisschen grinsen. Ist gut. Also, merci vielmals, Örste Dritte und Sarina. Vielen Dank. Vielen Dank.